Oh, ein Backcamp. Oh, das ist aber geil. Oh, das ist schön. Okay, allein für den Schild hat sich das gelohnt. Holy Moly, Alter. Das ist aber fett. Hast du auch ein Resident Backcamp bekommen? Ähm, ich habe First Aid Stop Gap bekommen. Ich habe zwei krasse Schilde bekommen, sehe ich gerade. Ne, ich habe nur einen. Der ist ja gut. Du kannst dir mal die Leute hier angucken, die ich noch habe. Mal schauen, ob einer von denen dir gefällt. Du kannst gerne beide haben, also ich habe jetzt eh einen besseren. Ähm, ich habe einen besser als beide. Okay. Echt, ja? Ja. Okay, dann nehme ich dir wieder einen Wunsch. Gut, okay. Dann können wir, ja, dann können wir quick travelen oder wie auch immer. Oh, das war knapp, ey. Das war wirklich, wirklich knapp. Aber das können wir dann irgendwann nochmal machen, glaube ich. Ich glaube zumindest, dass man das wiederholen kann, bin ich der Meinung. Okay. Wenn nicht, dann ist es halt so. Wenn nicht, dann ist es halt so. Eine Quest hier? Das war nicht. Ich habe jetzt auch noch eine Quest. Okay. Haben die jetzt alle nochmal eine Quest gekriegt? Okay. Ich weiß nicht, aber wenn da noch was ist, dann nehmen wir es mit. Ich bin bereit für jegliche Chantat. Ey, okay, dann ist natürlich das, was wir heute durchkriegen, vielleicht doch ein bisschen knapp. Ja gut, das konnten wir natürlich jetzt nicht ahnen. Meridian Outscout, das ist ja ewig her, dass wir hier waren. Ja. Darum schätze ich auch keine Spielzeit mehr. Wenn jemand denkt, ah, wir sind immer wieder nur ein paar, zwei, drei Stunden. Spiel. Ja, ich bin gespannt, was das wieder wird. Entfeiert sich dann. Ah, vorne. Oh, das sind jetzt alles diese Prüfungen. Wirklich? Das wäre denkbar. Aber habe ich doch gar nicht gelernt. Ich weiß gar nicht, was Klausur geworden ist. Ja, sag mal. Ja, das ist auf jeden Fall wieder eine. Okay. Das ist eine Disziplin. Cool. Aber ich muss vorher mal kurz eine Monee kaufen. Und vielleicht... Wir müssen eh zum Schiff zurück, dann kannst du es ja gleich da machen. Okay. Okay. Also, okay. Ich hätte ja auch gedacht, dass dieses Atom Fall, was Rebellion ja macht, weil die ja immer Coop-Games gemacht haben, das auch im Coop machen, das machen sie nicht im Coop. Das hätte ich so geil gefunden. Ja, ja. Hast du den Trainer gesehen, die ihr geschickt habt? Hast du ihn gesehen? Ja, ja, ja. Wie fand sie es? Ja. Ach ja. Ja. Du, geh du mal kurz in Ruhe. Muni holen. Ich habe ganz kurz aufgemacht. Okay. Gudi. Äh, ja. Ich verkaufe hier noch und ja. Wir müssen ja jetzt hier kein... den Päuschen machen. Ah, das ist noch verbappt. Das schmeiße ich mal hin. Ich schmeiße ihn jetzt eiskalt vor die Füße. So, wie geht das? Ich gucke immer das Falsche, übrigens. Na, immer mit Q und R. Ich weiß es. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, warum ich denke, man ist eher wegwerfen. Ich weiß auch nicht. Das Q markieren eher wegwerfen. Ich weiß nicht, warum. Ja, 370 mal 6. Na, weder. Ja. Ja, also mit einem Schuss. Jetzt... Ich weiß nicht, was das für ein... Was ist das eigentlich? Was wäre denn das für ein Schuss? Ich wechseln. Ja. Moment mal. Das kann doch never ever so gehen, oder? Ah, so. BB. Oh. Da hast du mir was gedroppt. Ich habe ne Waffe. Ja. Da kann die einfach Dauerfeuer machen und sie verbraucht keine Munition. Äh, die Infinity. Die Rootsless Infinity. Ist die gut? Oh, das ist egal. Du hast... Oh. Ja, egal. Ich habe auch nochmal ne bessere Infinity bekommen. Ja, die ist ganz geil. Also, die verbraucht halt nie Munition. Ich habe so eine ähnliche, tatsächlich. �� Äh, wie, wie, wie schießt die? wo die behalte ich behalte ich gleich an auf jeden an die wir halten dafür schmutz hier raus jetzt noch immer selbst in den fahrer ich nicht so mögen sie mich was mögen sie mich hat wenn sie mich nur fürchten aber die macht viel mehr schaden 96 mal 6 die macht ja viel mehr schaden dieses komische viecher der pipi ist komische haustiere bleibartig ich habe eigentlich ganz geil ja die behalte ich mal so ich bin in der landekapsel sag bescheid wenn wir können wir können ja wir können lohnt es sich die waffe da zu nutzen wenn man schnell alles weg bekommen muss also sie ist schon recht gut also es kann durchaus sein dass die dass sie dir ganz gut liegt ja ich habe sie meist genutzt wenn ich dann zum moni hatte aber es ist halt nur so die dippistole auf jeden fall ich denke aber es gibt vom schadens aus output her wahrscheinlich bessere das sieht interessant aus das ist ja logisch klar das ist ja wie in wie auf dem atlas planeten ja klar was das wundere ich mich überhaupt nicht dumm oder was mal gucken ob es diesmal klappt und und blick auf den handwerker nicht auf das zahnrad ist oder beides beides ich glaube auch beides beides die schmerzen die schmerzen die schmerzen die schmerzen ich spüre die kracht die schmerzen die schmerzen die schmerzen die schmerzen hoppel hoppel weiter oda naja wundernmals die werten das war ein erster gute abschnitt ja sind wir jetzt fertig Das ist ein Team. Alter, ich bin noch mal gezielt zu abstürzen. Alter, ich bin so züchtig. Wir dürfen mal den Blick, aber... Boah. Okay, ist schon geil. Äh... Dieser ist ja ne Knarre, ne? Äh... Wenn hier die Explosionen kommen... Also, die kommen, glaub ich, auch so durch die Gegner. Glaub ich mir das, vielleicht doch nicht. Oh, ähm... Ich hab mir den Blick übrigens immer auch die Spezielle gekettet. Was müssen wir? Ach, tötere alle gefallenen Wächter. Ja, ich hab die hingekillt, aber... Lass sie doch. Naja... Äh... Mit drauf achtest für die späteren Rumps, meinte ich. Jaja... Ne, ist richtig. Hallöchen! Der duckt sich, um sich von dir zu schützen. Ich rutsche hoch und schieße in den Arsch weg. Hahahaha... Solche Kraft! Habe es auch. Äh... Nice. Das Problem ist, die KI ist halt da auf dich ausgelegt, ne? Auf so ne Gegnergewalt. Ja, richtig. Habe es auch richtig. Bitte! Bitte! Hör! 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 Ein Level einfach cool! Hör! 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 Alter! Oh, jetzt können wir jetzt sogar schaffen. Wah, wir haben dann n bisschen Glück! Jetzt an den Ex Ich bin die Größte Ja, Schild ist okay Heil dich, meinetwegen Aber, beeil dich bitte, danke Ja Ah Hier geblieben Yes Das war, glaube ich, vielleicht noch drei oder vier Sekunden Ja, alle geil Aber, das ist mir scheißegal, geschafft, was geschafft Nee, aber du hast recht, die Knarre, die ist nicht doll Nee, die macht nicht genug Schaden, leider Aber die ist halt ganz geil, wenn man wirklich mal Wenn man wirklich mal, ähm Kann die ja mal Ja, die ist auch nicht so geil, die ist auch schade, nicht so doll Ich habe noch was für dich gefunden, tatsächlich Naja, ich muss ehrlich sagen, geht tatsächlich von den Waffen her Die war auch doof Und danke Immer gern Ah, Talk, nee Auch wenn die Welt gebrochen ist Die Schlafenden werden schon bald gewachen Es dauert nicht mehr lange, Suchender Ach, du Scheiße Ich habe da womöglich, ähm, ein Schild gefunden Äh, vielleicht, vielleicht sagt er dir ja zu Weil ich glaube, ich bleib trotzdem bei meinem Und schon mal gucken Oh, da steht mir Wir wandeln 100% Schugschaden Schild um 40% Chant is cool Als eigene Munizium Ja, bitte Er hat fast 10.000, Alter Ja, ich habe, ich habe über Ich habe bald 11.000 Weil ich noch einen Skill habe Naja, weil ich noch einen Skill habe Ah, ja, gut, okay, ja, gut Aber mit deinem Skill, wie viel hast du mit dem, mit dem Skill, wenn du den jetzt ausrüstest? 10.649 Ja, krank Sehr nice Danke Ja, gerne Äh, das ist aber Ja, ich weiß nicht Vielleicht kannst du damit was anfangen Das ist eine Tor- Ich frage, Tor noch nicht Müsste ich ausprobieren Ich nehme den mal Mal gucken Haben wir jetzt noch mal irgendwo dein Leben-Quest bekommen? Ähm Guck ich Nie, bin Quack Ja gut Ja gut, die haben wir nicht neu Äh Ne, hier haben wir jetzt keine aber ich kann ja also immer jeweiligen prüfungsgeländen und geländen naja das ist die bewundung aber ich kann ja jetzt habe ich ja auf der zentralen die quest wir quest uns hier durch so wie sie das gehört Das ist ein Traumspiel, das kann man nicht anders sagen. Ja, ja, absolut. Oh, so, der schon wieder. Das müsst ihr in Borderlands 4 nichts mehr einbauen, das ist ja jedes Mal nur Quatsch, das ist nicht. Ja, das sehe ich allerdings auch so. Nee, aber ich muss sagen, momentan bin ich eh mit meinen Projekten überhaupt zufrieden. Das ist einfach geil, weißt du? Ja, das ist schön. Das ist ein cooler Abenteuer. Ja, das ist doch einfach geiles Spiel, da kann man nichts sagen. Den muss ich ausprobieren, da weiß ich nicht, ob der gut ist. Du musst ja auch mehr Shooter spielen, aber mehr so, wie auch alle heißen. Bono-Schaden, Waffen-Vollein-Bonos-Schaden-Abhängigkeit von der Entfernung hier im Ziel. Das, äh, was? 54% Bonos-Schaden? Fuck it. Das klingt lecker. Wenn ich in der Nähe bin. Alter, wenn ich wieder in der Show-Finde guckte, der guckt doch nicht mal lang. Nee, ganz bestimmt nicht. Aber sie haben diese Ausrüstung und Ausbildung und all das. Wer ist denn die Nebenquests? ist sie weg war eben da ich das vielleicht aber so eine die jetzt die sache die schon die ganze zeit war oder oder wieder ja oder ich habe mich ja pranken lassen ich habe mich pranken lassen ja auch nicht egal dann können wir ja dann können wir die hauptkurs jetzt weitermachen es ist schon spät lass mich geprägt lassen ja alles gut ich verzeihe dir mein sohn alles gut grüne haare warum schlagen sie gegen das fenster haben sie auf damit ein bisschen lustig reisen nach kante der einsamkeit ja sehr einsam kantonesisch